Ich versuche jetzt sein Videoprogramm zu starten, dann fährt er vor und wir fahren nach und nach an ihm immer mal wieder vorbei bis Köln und dann auf dem Rückblick genauso, ok? Kannst du machen. Jawohl, das mache ich doch sehr gerne. Ok, wir können jetzt dann starten. Ok. Helmut fährt jetzt ein Stück vor auf die Straße und wartet dann dort auf uns nach und nach. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Helmut, wenn wir oben auf der Autobahn sind, fahren wir dann mal an dir vorbei, okay? Wer möchte als erstes von euch starten, an Helmut vorbeizufahren? Ja, wenn ich gleich soweit bin hier. Aber denk dran, du musst abbiegen. Ja, Tanja, dann musst du das wissen. Der war ja bald hinten rausgefahren. Hinter mir ist einer. Ja, für die Leute zur Hilfe. Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Bitte links halten. Helmut, ich locke mich bei 90 ein. Ich habe 90 eingeloggt. Hallo, Tanja, ein mister. Ich habe gerade da. Ja, ich auch. Komm nicht dran vorbei. Hhhhhhhh. Hhhhhhh. Bitte links halten. Tanja? Ja? Pass auf, hinten kommt einer, ne? Okay. Wo ist der, wo ist der Dings? Helmut, bist du jetzt hinter mir? Ne, du bist doch, äh, los. Ich bin jetzt ziemlich vorne. Ja, wir müssen gleich anhalten, da steht einer hinten. Okay. Also wir können fahren, Helmut kommt mit. Helmut, sollen wir direkt durch Schwiesbaden durchfahren? Ich gehe gleich nicht links, irgendwie runter oder was? Zeige ich das Navi an oder geradeaus weiter? Wir müssen jetzt runterfahren, da ist Sven. Dann passt das ja bislang noch mit meinem Navi. Bitte rechts halten. Bitte rechts halten. Ich weiß was. Herr Helmut, ich schau jetzt rechts ab. Ja? Ja? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Sie sind rechts. Sie sind rechts. Biege nach rechts ab. Also wir müssen die Ausfahrt rechts nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Fahrt vorsichtig! Demnächst links abbiegen. Dann an der Weg hat er mir nicht angezeigt, Helmut. Biege nach links ab. Okay, lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus und dann links halten. Links halten und dann links abbiegen. Einer konnte jetzt leider nicht dabei sein, Helmut, und zwar Hugo, weil er die Promot nicht hat. Also gedacht, man hat aber eigentlich mit LKW nicht. Demnächst rechts abbiegen. Sven. Ist egal. Rechts abbiegen und dann links halten. Ja, gleichfalls. Und dann links abbiegen. Ja, ich merke es gerade. Tanja. Ich werde jetzt sitzen. Ja. Ja. In Köln bei ECCC. Und dann rechts abbiegen. Ja. Ja, machen wir sowieso. Das ist mir da jetzt einer auf den LKW gefahren. Da ist ein blauer Punkt dabei. Helmut gehört ja zu dir. Ja. Was ist da, Maus? Jungs, gehört der blaue Punkt zu euch? Nein, das ist eine andere Firma. Tanja. Ja. Sag mal dem Helmut, der soll an mir vorbeiziehen. Wo ist denn der eine Punkt? Der ist hinter Helmut. Ja, pass auf. Dann sag Helmut, der soll an mir vorbei. Und ich halte den hinter mir eben auf. Fahr ruhig. Ja. Helmut soll an mir vorbei. Wo ist der? Der müsste hinter dir sein. Ja, ja. Ist er. Der soll jetzt kurz Gas geben nach vorne. Helmut, du sollst an ihm vorbei. Danke, gleichfalls. Rechts halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Danke. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Soll ich stehen bleiben, ja? Jungs, Achtung, ich bleib stehen. Wunderschönen guten Abend. Ich gebe jetzt eine Frage. Hast du heute irgendetwas vor? Bei Mädchen stürmen ab. Zeit zu gehen. Also geradeaus schauen, Helmut, ja? Jetzt rechts, okay. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Wenn ich einen Eindruck habe, ist auch okay. Dann könnte ich nämlich weiter suchen. Aber, äh, ich möchte erst vom Tag hier zuerst, der erste Schatzschreiber, ähm, und dann muss ich jetzt auskennen. Biege nach rechts. Okay. Jungs, ich halte jetzt auf der Brücke und Helmut fällt an uns vorbei. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja! 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 Okay, lass uns eine neue Route finden. Okay, okay. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Ja! 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 Vielen Dank. Immer geradeaus. Aber dass wir diesmal so viele sind, wow. Okay. Pass auf, Tanja, da kommt gleich einer von hinten. Der Vollidiot kommt gerade. Okay. Sebastian, Achtung. Ja, lass uns gut. Endet es. Ja. 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 Das klingt nicht mal eben aus. Ich muss jetzt gerade mal eben kurz noch was anderes haben. Alles klar. Alle jetzt auf den Hoch fahren. Ja, okay. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Copyright Untertitel ! Ich habe eben in der einen Kurve da kurz bevor wir hier unter der Unterführung gefahren, dann habe ich in der Flanke gezogen Okay Ja, ich schreibe gleich mal über das Team an ob er nochmal kommt Ja, okay, weil er wollte mich ja an der Rechtskurve an der Startkurve, wollte er mich überholen dann habe ich ihn übergezogen und dann ist er auf die Leitkante gefahren Ja, irgendwas habe ich mitbekommen Ja, irgendwas habe ich mitbekommen Aber am Tag ist der noch Wen meinst du? Sebastian Achso, der Ja Jetzt steht noch ein Tag drin, ich weiß nicht, wo das steht Ja 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 Also Helmut Basti kommt nicht mehr. Er hat keine Lust mehr. Ja, wegen dem Typen. Ja, ihr hattet erst recht, hallo, dann erstmal wegschieben den Vogel da, scheißegal. Ja, du weißt aber, dass er auch gebannt werden kann, dann kann er nicht mehr fahren. Ja, weiß ich. Also ich f*** hier. Ich brauche mich noch zu sagen, diese Qualität hast du nicht. Ich sehe auch einen Eddie nicht auf dem Außen, so stark wie er hinten ist. Eddie ist für mich wirklich eine starke Frau. Zwar im Moment, der zweitbeste, den wir haben, hat den Außen, den wir haben, hat den Außen. Aber ich sehe, Eddie im Moment nicht auf dem Außen. Er ist nun auf dem Außen, ja. Aber diese Qualität kriegt auch den Außen. Ja, und Eddie hat das halt hier hinten. Ja, ich höre es blöd an. So, wenn ihr soweit seid, meine Dinge hören wir mal. Basti kommt nicht mehr. Basti kommt nicht mehr. Alles klar, Helmut. Wir fahren jetzt nonstop durch bis Frankfurt, gell? Ja, fahren wir durch bis Frankfurt. Biege nach rechts ab. Es fahr einfach Helmut nach. Ja, da machen wir mal. Vielen Dank. Was ist Michelle? Was ist Michelle? Immer geradeaus. Was ist Michelle? 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 Was? Was ist Michelle? Was? Was ist Michelle? 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 Was? Was ist Michelle? 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 Yes, Michelle. Was ist Michelle? Was ist Michelle? Was ist Michelle? Ohיך! Es wundert mich eigentlich, dass mein Discord jetzt im Moment hält. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ha? Nimm diese Ausfahrt. Ja. Ja, das habe ich wirklich im Blut. Meine Tochter baue. Karneval. Nimm diese Ausfahrt. Ja, du bist bald jedes Jahr dabei, genau. Ja, da bist du nicht dabei. Ja, da bist du nicht dabei. Ja. 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 Sollen wir jetzt zum Schluss nochmal alle an dir vorbei, Helmut? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja. 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 Sven, komm überholen Helmut. Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte links halten. Bitte links halten. Bitte links halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier ist die Ausfahrt rechts. Endlich, wir sind da. Hier ist die Ausfahrt rechts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020